Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Raffi hier und wir zocken eine Adventure-Map von dem lieben X-Flying Stickman. Und die Map heißt... Du musst Spaß haben. Spaß, groß geschrieben. Okay, hi Raffi, hi. Lesen. Äh, okay. So, ich mach zu many items hier wieder ausblenden und... Hops, zuerst hier so xen und dann so und dann so, okay. Was haben wir denn hier? Regeln, Trollfass und hi Raffi. Okay, Regeln. Nichts abba... abba... äh, was? Abbaunen. Ab nichts, wir dürfen nichts abbaunen. Okay, du kannst das eh nicht. Game Mode 2, for the win, Spiele auf peaceful, friedlich. Oh fuck. Sollte ich wahrscheinlich noch von letzter Dings umstellen. Und warum the fuck hab ich keinen Sound? Das ist wiederum sehr komisch. Wartet mal kurz. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder mit Sound. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Ich kenn's nochmal neu anfangen, aber darauf hab ich ehrlich gesagt keinen Bock. Äh, die wichtigsten Regeln, hab Spaß. Nein, werd ich nicht haben. Wohahaha, denn wenn du keinen Spaß hast, gibt es bei dir nichts zum Abendessen. Verdammt, Trollface. Trollface. Was? Noch mehr Trollface. Käse. Haffas. Trollolo. Okay. Und hi Raffi, das ist meine erste, äh, ich meine erste... Meine erste... Äh, ich meine erste Adventure, mach so. Okay, hi. Äh, what to do? Ah, da ist ein Button. Ah, mit Rechtsklick, weil ich mit Linksklick nichts machen kann, okay. Gehe zur Tür. Reset. Boah, ist das gemein, Alter. Müsst du mich verarschen. Geht das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Kann ich das abfahren? Kann ich das da abfahren? Du bist gemein. Das geht nicht. Das geht nicht. Selbst wenn ich da drüber springe. Achso, das könnte... Das geht nicht. Da kann man nicht direkt in der Mitte landen. Müsst du mich verarschen. Da. Ich hab bei jedem Sprung was berührt. Das geht nicht. Hör auf mich zu trollen. Ich mag dich nicht. Das geht nicht. Äh. Warte, vielleicht will ich. Ha. Das geht nicht. Das ist viel zu kleiner Platz. Hättest du zwei freigelassen. Wäre das vielleicht möglich. Aber... So doch nicht. Maaann. Ich probiere es jetzt noch dreimal, okay. Dreimal die magische Zahl. Und wenn es dich dann nicht schaffe, ja. Dann raste ich aus. Das geht nicht. Ich hab's nicht mal... Nein. Das ist unmöglich. Nein. Tut mir leid. Nein. 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 Ups. Ich sollte es vielleicht so machen. Sorry, aber... Das ist unmöglich, ne? Alle Sprünge gehen. Okay, das glaub ich dir sogar. Äh. Jetzt fang ich schon wieder mit Stöhnen an. Ach Gott, fick dich. Ich mein natürlich, äh... Nicht, äh... Anderes Wort, das mit F anfängt, äh... Äh, Fleisch. Dich. Okay. Okay. Äh. Okay. Oh Gott. Kannst du nicht Checkpoints oder so machen? Alter Schwede. Ah. Okay, 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 okay. Okay, die Sprünge sind ja noch leicht. Ich glaub, wenn ich's oft genug nicht schaff, dann... ...geh ich in Creative. Ah, Gott. Und... ...such mir ein paar Checkpoints aus. Das gibt's doch nicht, Alter. Das ist übrigens gerade saufrüh in der Früh. Und ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen untrainiert. In Minecraft Parkouring, beziehungsweise Jumping. Aber das davor, das mit den Tripwise, das war echt unmöglich, weil... ...da hab ich nicht mal eins geschafft von den 20.000, die ich da schaffen hätte müssen. Und die dann alle hintereinander. Das geht nicht. Also, wenn's da irgendeinen Trick gibt, oder wenn du das mal selber geschafft hast, dann nimm's doch mal bitte auf und poste's als Videoantwort drunter, weil das geht nicht. Ihr könnt euch die Map ja auch mal selber runterladen und das ausprobieren. Der Download-Link ist ja immer in der Beschreibung. Aber ich sag's euch mal, das geht nicht. Also, das hier schon, aber... ...aber das davor nicht. Äh. Okay, jetzt konzentriert. Okay. Ach, komm schon. Fleisch dich, Mann. Ach komm, müsstest du mich verarschen, Alter. Das nächste Mal, wenn ich da hochkomme, dann mach ich mir da einen Checkpoint. Wenn ich da nochmal hochkomme. Obwohl, so hoch ist es ja gar nicht. So weit ist es gar nicht, aber trotzdem sind das scheiß Sprünge. Ach, komm. Okay. Ups, das war gerade Frame-Lag. Das gibt's doch nicht, Alter. Okay. Er wollte mich nur beim Aufregen sehen. Also, das ist jetzt hier mein Checkpoint. Ähm. Der Sprung ist kacke. Ich freu mich, ob der überhaupt geht. Ich freu mich echt, ob der überhaupt geht. Also, wenn er schon hinschreibt, der geht's, dann glaub ich ihm. Hm. Auch, aber... Das Dumme ist, man kann sich da nicht irgendwie festhalten, man rutscht dann immer ein bisschen nach unten. Also, man landet schon... Ah, okay. Er ist schaffbar. Wir haben's gerade selber gesehen. Ach, komm. Willst du mich verarschen, Alter? Okay. Okay. Yes, geschafft! Ich bin so Pro. Eigentlich ja nicht, aber... Ich hab's geschafft. Auch mit einem kleinen Checkpoint. Okay, erstmal penning hier und dann, ich schätze, ich mal hier runterspringen. Oh mein Gott. Ah, helfe, 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 helfe. Ah! Du gemeiner Hund, du. Graffi. Ja, das bin ich. Ending. Würdest du mich verarschen? Ich hoffe, du hattest Spaß. Du weißt ja, was passiert, wenn du keinen Spaß hattest. Danke, dass du meine Adventure-Map gespielt hast. Graffi. Mit freundlichen Grüßen. Flying Stickman. YouTube. Tom. 1964. Minecraft. Dinos. Real Life. Ich weiß, die Map war sehr kurz, aber sie hat mir doch einige Zeit gekostet. Circa zwei Stunden. Weil ich mir viel Mühe gegeben habe und das meine erste Adventure-Map war. Ich baue dir mal eine größere Map. Okay. Aber. Ich glaube nicht, dass es hier eigentlich schon zu Ende war. Ops. Das war gerade unschlau. Äh, was? Äh, warte, 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 warte mal. Das war ja hier. Erst der Knopf, dann ins Minecraft. Ich schätze mal, die Schiene kommt da hin. Knopf. Ops. Fail. Ah, hier fehlt wahrscheinlich auch noch eine Schiene. So. Hier reinsetzen. Knopf. So. Raffi. Warum hätte ich dann da runtergefallen, bitte? Warum? Jetzt habe ich diese coole Minecart-Fahrt verpasst. Nein. Okay. Ja, war doch schon mal ganz nett für deine erste Adventure-Map. Auch wenn sie, wie gesagt, ein bisschen nette Coaster sein können. Hat er denn das NPC-Dorf? Und Redstone. Und Redstone. Hey, now is knowledge. Wetten, der hat meine Videos geschaut. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Also, diese Map bekommt von mir, was gebe ich dir denn? Hm, erste Map gibt's einen kleinen Bonus. Ich muss hier mal ein bisschen was freimachen. Ich muss hier mal ein bisschen was frei machen. Und hier noch. Hier noch. Dann hier und hier und hier und hier. Und hier. Nein. Verdammt. Und dann, aber hier noch ein kleines Minus davor. Aber, wie gesagt, es ist ja, kann sich ja bessern. Und, so hat sie schnell Creative ausschalten. Okay. Dann ist es an. Hä? So ausschalten. Ähm, ja. Ja. Das war's mit der Map. War ein bisschen kurz, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das Puzzle da hinten hättest du noch ein bisschen leichter machen können. Oder wenigstens ein Checkpoint einbauen. Und das mit den Trip-Vias war doch unmöglich. Das geht nicht. Also, wahrscheinlich geht's schon, aber da braucht man ja 50 Stunden dafür. Eine Adventure-Map macht's, also eine gute Adventure-Map macht's nicht aus, dass man lang für ein Puzzle braucht, sondern dass man halt viele Puzzles hat und dann halt bei jedem einzelnen Spaß hat und nicht ein Puzzle so über die ganze Map zieht, damit das praktisch künstlich länger wird. Aber, wie gesagt, hat mir trotzdem gefallen. Ich hab bei jeder Adventure-Map Spaß. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir auch eine Adventure-Map schicken könnt, äh, könnt, weiß ich nicht, ob ihr es könnt, aber wenn ihr wollt, ist der Link da links oben in der Ecke. Und sonst könnt ihr noch unten, äh, in die Beschreibung schauen. Und ja, das war ein Fail. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao. Fail.